1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. Und sie kriegt wieder schöne bunte Rasterzöpfe, Big Braids Ok, Dankeschön. Nimmst du schon auf? Ja. Ok, also, das ist Börtes Haare. Börtes Haare waren bisher her, vor anderthalb Jahren. Und jetzt sind sie richtig schön nachgewachsen und sie kriegt jetzt heute, ich glaube, so dritten oder vierten mal die big braids, dann kannst du jetzt von der anderen seite jetzt kannst du dich drehen, das ist Birte, Birte kriegt die big braids, ich habe aufgehört ich glaube drei, vier mal, fünf mal und diesmal haben wir sie auch schön bunt gemacht, dass der Frühling jetzt früher anfängt bei uns, ein Freude für alle, mach's gut und viel Spaß, bis nächstes so